Gerne hätte ich euch in diesem Video schon meine Anbindung ans moderne Glasfasernetz gezeigt. Leider kann ich euch jetzt nur die Anbindung an die DSL-Verbindung der Telekom zeigen. DSL bedeutet nichts anderes, als dass ich die bestehende Kupferleitung, also die Telefonleitung, für mein Internet nutze. Das ist wahrscheinlich aktuell auch noch die meistverbreitete Anschlussart in Deutschland. Und deshalb machen wir einen kompletten Speedrun jetzt durch diese Einrichtung. Einmal, was muss ich beim Anbieter beachten und was muss ich dann auf meinem Router einrichten. Für dieses Video hat mir AVM die Fritzbox 7590 AX zur Verfügung gestellt oder 7590, wie man das auch aussprechen kann. Die gibt es in zwei Varianten, einmal mit AX und einmal ohne AX. Mit AX ist WiFi 6 dabei. Und wie man schon auf der Packung erkennen kann, hat DSL maximal 300 Mbit und das WiFi 6 hat viel mehr. Also fragt sich ja, was bringt das Ganze denn? Und all diese Fragen und noch weitere klären wir jetzt nach dem Intro. Kommen wir aber als erstes mal zu den Datenübertragungsraten. Auf der Packung ist ja ersichtlich, dass die Datenübertragung im WLAN deutlich schneller geht, als das, was der Internetanschluss überhaupt zur Verfügung stellen kann. Und jetzt gibt es zwei Argumente, warum es trotzdem sinnvoll ist, dass WLAN schneller ist. Beim WLAN liest man ja nur theoretische Werte und die gelten auch nur dann, wenn man in der perfekten Entfernung zur Fritzbox steht. Da ich ja mehrere Geräte im WLAN habe und die sich an verschiedenen Stellen bewegen, werde ich diese Werte sowieso nicht erreichen. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, dass der Gesamtumfang des WLANs oder die Gesamtgeschwindigkeit des WLANs deutlich über der Geschwindigkeit der Internetverbindung liegt, sodass ich auch in der nicht optimalen Position meines Gerätes immer noch die maximale Internetgeschwindigkeit bekommen kann. Es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt. Denn vielleicht betreibt ihr Dienste in eurem eigenen Heimnetz, die eine schnellere Geschwindigkeit können. Wenn ihr jetzt also ein Gerät an eure Fritzbox anschließt, ist die mit 1 Gigabit pro Sekunde im LAN zum Beispiel verbunden oder entsprechend halt auch mit der WLAN-Geschwindigkeit, die ihr gerade auf der Packung gesehen habt. Und was könnte so ein Dienst im Heimnetz sein? Naja, euer Drucker ist schon mal im Heimnetz und der freut sich natürlich auch, wenn komplexe Druckdaten schnell gesendet werden können. Drucker ist aber ehrlich gesagt ein schlechtes Beispiel, denn der wird keine hohen Datenraten benötigen. Anders sieht es aus, wenn ihr einen Fileserver im Heimnetz habt und den kann die Fritzbox selbst bereitstellen. Das heißt, ich kann ein USB-Speichermedium an der Fritzbox betreiben und alle Geräte im Heimnetz können darauf zugreifen. Wer ein Network Attached Storage, also ein NAS im Heimnetz betreibt, so wie ich das tue, und da Backups drauf macht, der freut sich natürlich auch über hohe Geschwindigkeiten. Da interessiert überhaupt nicht die Internetgeschwindigkeit, wenn meine lokalen Geräte in meinem Heimnetz mit einer hohen WLAN-Geschwindigkeit miteinander sprechen können. So, genug dazu. Ich würde sagen, wir machen mal ein klassisches Unboxing und packen die Box aus. Was ist mitgeliefert und was davon ist wichtig? Naja, es ist eine Kurzeinleitung dabei, die ist für die Inbetriebnahme natürlich wichtig, aber da wir das ja jetzt hier im Video machen, ist die für das Video nicht ganz so wichtig. Hier ist ein kleiner Werbezettel dabei, der ist ganz unwichtig, außer man möchte sich die AVM-Produktpalette anschauen und hier gibt es noch sowas wie Herstellergarantie und so. Kann man sich mal abheften, ich schmeiße es in der Regel einfach weg eigentlich. So, wir schauen uns mal die Box an. Die ist schon ganz schön mächtig, muss ich zugeben, die ist deutlich breiter als meine alte. Also als die 7590, die habe ich auch noch da, können wir gleich mal nebeneinander legen. Blau ist jetzt hier nicht wirklich die Farbe der Box, das ist nur die Schutzfolie. Aber wichtig ist jetzt noch der Boxinhalt, was hier dabei ist. Hier ist einmal so ein schönes DSL-Kabel dabei, das brauche ich, um das Ganze an meine Buchse anzuschließen. Das ist auch wunderschön beschriftet, legen wir mal zur Seite. Das ist das Ethernet-Cable, damit werden dann die Geräte, also Computer, angeschlossen und das ist halt ein Adapter, wenn man noch so ein altes Telefon mit TAE-Anschluss hat. Wichtig ist aber auch, dass ihr mal einen Blick auf das Ladegerät, beziehungsweise auf das Netzteilwerft-Ladegerät, ist natürlich falsch in dem Fall. Aber hier ist eine Bezeichnung drauf und die würde ich immer mal abgleichen, vor allem wenn man die Boxen gebraucht kauft, mit der Bezeichnung, die hier unten drauf steht. Hier sind die kompatiblen Netzteile gelistet und wir halten das Ganze mal nebeneinander und hoffen, dass das Ganze scharf wird. Ich habe das 3.1.210 am Ende, das ist das letzte in der Auflistung hier und das ist kompatibel und damit kann ich die Box damit betreiben. Habe ich schon erlebt bei Amazon Retouren, also bei Amazon Warehouse Deals, dass da auf einmal falsche Netzteile in der Box lagen und dann lässt sich die Box eventuell nur mit Fehlern betreiben. Wie versprochen, legen wir mal die beiden Boxen nebeneinander. Das hier unten ist die neue Box, die 7590 AX, hier oben liegt dann meine alte Box, die 7590 AX und man sieht hier schon am Überstand, die neue ist etwas breiter und die ist auch höher, kann man da so sagen. Ja, also die ist schon deutlich mächtiger und hat mehr Auslässe für die Kühlung. Das war glaube ich mal bei einer Revision dieser Boxen ein Problem, das die Probleme mit der Kühlung hatte. Kann ich jetzt nicht bestätigen, habe ich nochmal im Internet gelesen. Was muss ich jetzt also machen, wenn ich das Ganze in Betrieb nehmen will? Naja, ganz offensichtlich ist natürlich, dass ich erstmal Strom brauche. Den kann ich hier hinten anschließen. Kommen wir mal in, stellen wir mal wieder scharf. Hier schließe ich den Strom an und hier diese graue Buchse ist die wichtige für den DSL-Anschluss. Dafür habe ich ja dieses DSL-Kabel, da passt offensichtlich auch nur eins der beiden Enden rein und das ist das mit dem RJ45-Stecker. Der würde jetzt auch, da dürfte es hier kein Problem haben, in die ganzen anderen Buchsen passen, da würde er aber nicht viel helfen. Also wir stecken den einmal hier rein und dieses andere Ende muss jetzt an eure Telefonbuchse und zu der wechseln wir jetzt. Die Box muss also am Ende an die Telefondose angeschlossen werden und in der Regel sieht eine Telefondose genau so aus mit solchen 3TAE-Steckplätzen. Ich habe jetzt hier den Luxus, dass ich eine Hausverkabelung habe und hier unten auch direkt Strom habe. Das ist also sozusagen optimaler Einsatz jetzt für die Fritzbox. Allerdings ist es oft so, dass man diese Boxen irgendwo in der Wohnung hat, an irgendeiner Fußleiste unten. Und vielleicht muss man dann extra nochmal gucken, wo eine Steckdose ist für den Router. Denn Telefone konnten ja ganz ursprünglich mal ohne Strom betrieben werden. Da war nämlich eine eigene Spannung drauf und den Luxus hat man jetzt heute halt nicht mehr. Der Router braucht halt Strom und entsprechend braucht man auch eine Steckdose. Also es sind zwei Sachen, die man erstmal braucht. Man braucht diese TAE-Dose irgendwo im Haus und dazu dann natürlich hier entsprechend auch Strom. Ich kann jetzt hier meine Fritzbox aufhängen. Die hat nämlich hier hinten, hat die hier solche zwei Nasen oder wie soll man das nennen, zwei Einschübe für diese Schrauben. Das ist allerdings noch die alte Konfiguration von der 7590 und ich vermute, dass die hier nicht mehr zusammenpasst. Kann ich ja mal kurz nebeneinander halten. Ja, wir müssen den Abstand tatsächlich vergrößern und das mache ich als erstes. Tada, die Fritzbox ist jetzt tatsächlich installiert. Nach ein bisschen Justierung der Schrauben sitzt die auch ziemlich gut. Und ich muss jetzt noch zwei Dinge tun. Ich muss die zum einen einmal anschließen an diese Buchse hier oben und zum anderen hier unten mit dem Strom verbinden. So, als erstes würde ich sagen, nehmen wir mal Strom. Und dann können wir auch genau das so lassen, wie es aus der Packung rauskam. Lange Kabelwege brauche ich hier keine. Das zweite ist jetzt hier diese Geschichte. Das ist nicht das Original aus der Box, funktioniert aber genauso. Einfach hier in die Mitte reinstecken. Also wir nehmen das mittlere. Ich glaube, diese TAE-Stecker, die haben auch so eine Auskerbung, sodass ihr die gar nicht falsch stecken könnt. Und auch hier habe ich schon mit dem Kabelbinder dafür gesorgt, dass wir nicht zu viel Kabel übrig haben. Ich stecke das jetzt mal hier unten ein. Und hier kann ich tatsächlich ja, da wir da diese schöne Installationsbox haben, kann ich das Ganze auch einfach mal hinter die Box legen, das ganze Kabel. So, dann habe ich jetzt das Kabel schön hinter der Box und hier oben ein bisschen zusammengebunden. Jetzt haben wir ja noch kein Internet. Jetzt müssen wir einmal an den PC gehen und Internet konfigurieren. Und dazu haben wir ja die WLAN-Zugangsdaten entweder hinten auf der Box drauf oder auf dem beigelegten Zettel. Wie versprochen, haben wir jetzt die Fritzbox einmal an den Strom und an die DSL- bzw. Telefonbuchse der Telekom angeschlossen. Auch wenn mein Anbieter jetzt nicht die Telekom ist, die Buchse ist wahrscheinlich trotzdem von der Telekom. Was muss ich jetzt also machen, um meinen DSL-Einschluss einzurichten? Gerne hätte ich euch verschiedene Varianten gezeigt. Ich zeige euch jetzt aber nur eineinhalb Varianten. Denn mit einem neuen Fritz OS ist das alles deutlich einfacher geworden. Bevor ihr jetzt also loslegt, hier eure DSL-Verbindung einzurichten, schaut erst mal, ob ihr ein aktuelles Fritz OS habt. Wir sind jetzt gerade auf der Website der Fritzbox. Wie komme ich da drauf? Ich muss mich also mit der Fritzbox verbinden. Das kann ich entweder über eine Kabelverbindung tun, so ist es gerade bei mir. Oder ich schaue mir einfach den beigelegten Zettel oder die Rückseite der Fritzbox an. Da sehe ich den Namen des WLAN-Funknetzes und den dazugehörigen WLAN-Netzwerkschlüssel. Das heißt, ich brauche jetzt erst mal nur ein Gerät, das per WLAN verbunden werden kann. Das kann auch ein Smartphone sein tatsächlich. Und wenn ich das geschafft habe, gebe ich in die Adresszeile hier oben einfach fritz.box ein und kann dann diese Web-Oberfläche sehen. Wenn das nicht funktioniert, blende ich euch mal in der Infokarte ein Video ein, das sich nur mit dem Thema beschäftigt, wie komme ich auf diese Web-Oberfläche der Fritzbox. Jetzt brauche ich noch das Fritzbox-Kennwort. Auch das steht hinten auf der Fritzbox oder auf dem beigelegten Zettel. Das ist in der Regel relativ kurz und kann ich eintippen und mit Enter bestätigen. Und jetzt startet der Assistent. Und den lassen wir auch kurz offen. Ich kopiere mir trotzdem mal hier fritz.box einfach raus und ich versuche mal auf die Benutzeroberfläche zu kommen, ohne dass der Assistent hier startet. Das bestätige ich jetzt einmal mit OK. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, aus diesem Assistent da rauszukommen. Ich probiere nochmal die Startseite aufzurufen. Und jetzt kann ich einfach mal sagen, Einrichtung jetzt beenden. Und ja, Einrichtung abschließen. Wir starten den nachher trotzdem neu, kann ich mit einem Werksreset zum Beispiel machen. Hier oben rechts sehe ich die FritzOS-Version. Und die sollte möglichst aktuell sein, damit jetzt die Einrichtung funktioniert. Mindestens aber solltet ihr die Version 7.5 haben. Wenn ihr die nicht habt, einfach mal, ja, nicht hier drauf, sondern links in das Menü gehen, unter System. Und hier gibt es die Möglichkeit Update. Und hier kann ich mit einer FritzOS-Datei das Update machen. Denn jetzt habt ihr ja noch kein Internet und dementsprechend geht das Auto-Update auch noch nicht. Wenn ihr also jetzt eine uralte FritzOS-Version auf eurer DSL-Box habt, dann solltet ihr tatsächlich hier erstmal eine Sicherung erstellen. Die muss mit einem Passwort geschützt sein. Und wenn ich diese Sicherung erstelle, bestelle ich das Ganze nochmal an der Fritzbox. Dann wird diese Exportdatei verschlüsselt heruntergeladen. Und erst dann kann ich eine Firmware-Datei auswählen. Diese Firmware-Datei, die kann ich einfach hier runterladen. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Das müsst ihr dann zum Beispiel mit einem Smartphone über LTE oder so machen. Weil DSL habt ihr ja offensichtlich noch nicht. Und hier wähle ich mir diese Image-Datei aus, kann die dann öffnen und könnt ihr jetzt das Update starten. Ist jetzt bei mir nicht notwendig. Ich bin ja schon auf einer aktuellen Version. Aber für die initiale Einrichtung von DSL ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich zeige euch jetzt auch gleich, warum. Wir gehen einmal den Assistenten nämlich durch. Hier ist er ja noch offen und deshalb kann ich jetzt einfach sagen, Einrichtung fortsetzen. Und hier wähle ich jetzt meinen Internetanbieter aus. Ich habe weder die Telekom, noch 1&1, noch Vodafone, noch O2. Deshalb klicke ich bei mir auf weitere Internetanbieter, klappe die nächste Liste auf. Und auch Premium-SIM ist hier nicht zu finden. Was kann ich also machen? Ich muss hier Trillish Online auswählen, denn Trillish Online hat einfach ganz viele verschiedene Unterfirmen. Und dazu gehört jetzt Premium-SIM. Wer nach günstigen Handyverträgen im O2-Netz schauen möchte und eine Liste der Anbieter braucht, der findet ihr jetzt auf seiner Fritzbox. Denn das sind oftmals die besten Angebote, die es so im O2-Netz aktuell gibt. Soll jetzt keine Werbung sein, fand ich nur witzig, dass einfach jetzt hier die Fritzbox quasi mal alle Trillish-Anbieter schön übersichtlich gelistet hat. Genau, ich gehe einfach hier auf Weiter. Ich muss hier noch nicht Premium-SIM auswählen, sondern der erkennt jetzt einfach für alle diese Trillish-Anbieter den Endpunkt und macht die sogenannte Zero-Touch-Konfiguration. Das heißt, ich muss meine Zugangsdaten gar nicht eingeben. Auf der Premium-SIM-Website kann ich mir aber meine Zugangsdaten anzeigen lassen. Zum Beispiel sehe ich da meinen DSL-Passwort und meinen DSL-Benutzernamen. Und wenn jetzt diese Zero-Touch-Konfiguration nicht funktionieren würde, dann bräuchte ich die halt eben. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso geht das alles automatisch? Naja, meine Vermutung ist ja, dass diese ganze Schaltung, die im Hintergrund passiert, dass die Telekom da sehr genau weiß, welches Kabel zu welchem Haushalt gehört. Und dementsprechend können die an der Dose schon erkennen, wer da hinter dem Anschluss sitzt und ob der einen gültigen Vertrag hat. Und dementsprechend kann sich das Ganze dann schon beim Backend von 1&1 anmelden. Ich sage jetzt immer 1&1, weil ich ja eigentlich Premium-SIM habe, aber ja, naja gut, das ist eine Firma halt. Trillish, 1&1, Premium-SIM, die gehören alle zusammen. Und der Techniker, der bei mir da war, diese Dose geschaltet hat, der war auch der Meinung, ich hätte einen 1&1-Vertrag und auf seinem Freischaltungsgerät war auch irgendwas mit 1&1 zu sehen. Und tatsächlich, das hat geklappt, also ich musste jetzt keine Zugangsdaten eingeben. Deshalb kann ich den Schritt jetzt hier guten Gewissens einfach einmal abschließen. Das Schöne bei dieser Zero-Touch-Konfiguration ist, meine Rufnummer ist auch gleich dabei. Die werde ich wohl später als Fax einrichten, deshalb, ja, viel Spaß, könnt ihr mir mal einen Fax schicken an diese Nummer. Ihr müsst halt nur noch die Vorwahl rausfinden. So, den Schritt schließe ich einmal ab. WLAN-Einstellungen lasse ich jetzt erstmal, bietet sich aber eigentlich immer an, die einmal zu ändern. Ich würde den Namen ändern und ich würde auch das Passwort ändern. Den nächsten Schritt ignoriere ich auch, einfach abschließen. Jetzt prüft er nochmal das Fritz OS, das ist auch aktuell, haben wir ja vorhin gesehen. Und damit ist die Einrichtung für mich jetzt abgeschlossen. Wenn ihr, wie gesagt, jetzt noch ein Problem habt, dann könnt ihr einfach mal ins Menü gehen auf Internet und Zugangsdaten. Und hier bei Internetanbieter, hier kann man jetzt tatsächlich seine Zugangsdaten einmal eintragen. Wenn jetzt diese Zero-Touch-Konfiguration irgendein Problem gemacht hätte, dann wäre jetzt hier die Stelle, das zu ändern oder die Zugangsdaten einfach abzurufen bei PremiumSIM und hier einzutragen. Es gibt auch eine ausführlichere Anleitung von Trillish Online. Die haben dann noch den Hinweis, wenn man eine ältere Fritzbox hat, dann muss man hier weitere Internetanbieter und andere Internetanbieter auswählen. Das hat bei mir aber nicht geklappt, komischerweise. Also die sagen hier, man muss hier mit H-Internet irgendwie Zugangsdaten eintragen, haben sogar das in einem Screenshot. Das hat bei mir nicht geklappt. Keine Ahnung, das hätte ich euch gerne noch gezeigt, weil das hätte nämlich auch mit einer älteren Fritz OS-Version funktioniert. Mit dem H da vorne hat es aber irgendwie nicht geklappt. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, bei der Fritzbox, dann heißt das auch nur Internet und nicht H-Internet. Ich habe keine Ahnung. Also das hat nicht funktioniert. Der richtige Weg ist, die Fritzbox vielleicht einmal in die Werkseinstellungen zu setzen, aktuelles Fritz OS zu installieren und dann nochmal hier diesen Assistenten durchzuklicken. Gut, an der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Wir haben jetzt also einmal unsere Fritzbox angeschlossen und DSL konfiguriert. Bis zum nächsten Mal. in Martin Marcin. mit. Bis zum nächsten Mal. Bei 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 dem ichsplan, der richtigen spread довольноonne Bei 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 der Glock mimangerie Unterttemberg prescription für den colonialne Ash Sergeant Bis zum nächsten Mal. können連スblaub番anz beteine meine Brille sein und $çöönt... fondofestial deb cosa nennt ein Bock leben mehr.